Audio to go präsentiert Sarg jetzt nichts Betty Papst ermittelt von Paul Lüdecke Es liest Mirja Bös Prolog Es war früh am Morgen. Dunst und Nebel hingen dick und schwer wie eine Decke über dem Acker, dessen Erde sich in den vergangenen Tagen und Nächten mit dem Nieselregen vollgesogen hatte. Hätte man einen Fuß in die breiten Ackerfurchen gesetzt, dann hätte man die Erde schmatzen gehört. Und der Fuß wäre in den tiefen, schwarzen Boden gesunken, ganz wie in einem Moor. Nicht ein Vogel zwitscherte an diesem Oktobermorgen. Es war völlig still. Das Auto auf dem einsamen Feldweg stand verlassen da. Ein kleiner, blauer Farbtupfer in dem graubraunen Einheitsbrei der Landschaft. Und es wirkte wie alles hier an diesem Morgen. Einsam und verloren. Dann plötzlich ertönte ein Geräusch. Der Motor eines Traktors, der langsam hinten den Hügel heraufgetuckert kam. Als Bauer Sieker den Anstieg geschafft hatte, lag sein Rübenacker, den er umzuflügen gedachte, vor ihm. Sieker schnaufte, als er den Traktor direkt auf den blauen Wagen zusteuerte. Der stand zugegeben ziemlich dämlich mitten auf der Strecke, sodass er jedem den Weg versperrte. Nur, dass natürlich niemand diese Route wählen würde, was wollte man hier schon? Außer seinen Rübenacker umflügen. Sieker verzog krimmig das Gesicht. Da hatte jemand in sein Revier gepinkelt. Metaphorisch gesehen. Der Wagen stand da, achtlos hingeparkt. Oder war er überstürzt stehen gelassen worden? Hat ihn jemand dort abgestellt und sich dann in den nahen Wald geflüchtet? Oder war da noch jemand? Sieker fuhr langsamer und hielt dann zehn Meter hinter dem Wagen. Es war doch zu seltsam. Der Bauer beugte sich vor, legte die fleischigen Arme auf das Lenkrad und beobachtete den Skoda. Ein mittelgroßes Familienmodell, sauber geputzt, doch an den Kotflügeln klebte Erde. Von außen war niemand im Inneren des Wagens zu sehen. Die Scheiben waren beschlagen und der Skoda weit ab von allem in dieser frühen Morgenstunde ohne Fahrzeughalter, ohne ein Lebenszeichen. Das alles wirkte fast ein wenig gespenstisch. War hier vielleicht irgendetwas passiert? Sieker runzelte die Stirn. Schließlich stellte er kurz entschlossen den Motor aus, öffnete die Tür des Traktors und sprang heraus. Seine dicken Gummistiefel versanken im Boden, die Erde schmatzte, selbst hier auf dem Feldweg. Langsam und beschwerlich setzte er einen Schritt vor den anderen. Als er den Skoda erreicht hatte, spähte er durch das Fenster auf die Rückbank. Und da war doch. Da war doch. Er trat noch näher heran und stieß dann einen Schrei aus. Betty zuckte erschrocken zusammen, genau wie Jonas, der völlig perplex zurückwich. Sein Gesicht war gerötet, seine ordentliche Frisur, die Betty immer belächelte, er hatte sie seit seiner Jugend nicht verändert, war völlig aus der Fasson. Nicht die kurzen Haare an den Seiten, sondern die dunkle, leicht hochgegelte Tolle. Aber nun gut, Bettys Frisur konnte man auch nicht gerade als solche bezeichnen. Ihre halblangen, braunen Haare sahen eher aus wie ein Vogelnest nach dem Sturm. Sie hatten den Bauern nicht kommen gehört, so sehr waren sie mit Rummachen beschäftigt gewesen. Genau wie damals, mit 15. Nur, dass sie es diesmal in einem Auto machten. Zugegeben, damals hatten sie nicht rumgemacht. Sie hätten gerne. Aber dann hatte sich Betty doof angestellt. Jonas hatte sich zurückgewiesen gefühlt und Bettys beste Freundin Friederike, damals, war nur zu gerne in die Bresche gesprungen und hatte sich Jonas geschnappt. Dieses Miststück. Das zumindest war die Geschichte, auf die Jonas und Betty sich geeinigt hatten, die sie in Erinnerung behielten. Die stimmte mehr oder weniger so. Das alles, die Gefühle, die Sehnsucht, die Zurückweisung, das war beinahe 15 Jahre her. Aber Betty und Jonas wollten immer noch miteinander rummachen. Und das, obwohl Jonas mittlerweile mit Friederike verheiratet war. Deswegen hatte Jonas seinen Skoda am frühen Morgen mitten auf dem einsamen Feldweg geparkt. Deswegen trug Betty Joggingklamotten, genauer gesagt jetzt nur noch einen Teil davon. Aber sie beeilte sich in diesem Moment sehr, den Rest wieder anzuziehen. Der Sport-BH, das verdammte Ding, saß quer und schnürte ihr die Luft ab. Fad die Karre weg, schnauzte Sieker und hämmerte aufs Wagendach, bevor er sich empört umdrehte und zu seinem Traktor zurückstopfte. Schmatz, Schmatz. Wie peinlich, sagte Betty. Oh Gott, wenn der uns erkannt hat, stöhnte Jonas. Panik glomm in seinen Augen auf. Hat er nicht, erwiderte Betty leicht genervt, während sie sich jetzt in die viel zu enge Trainingsjacke quälte. Aber das Nummernschild. Glaubst du, der macht einen Abgleich? Der ist Bauer, Jonas. Der hat keine Polizeidatenbank so wie du und... Trotzdem, und wenn er den Wagen erkannt hat... Der hat eine die, die die, die die, die die, die, die... Die, die, die die, die die, die... Vielen Dank.